Das sind wir. Theresa, Vera und ich, Nadja. Ich werde es im Heimat bezahlen. Du meinst Heimzahlen. Und das ist Igor. Was ist dein Name? Ah, es ist der Schwedenbrück. Er hat große Pläne. Wir haben ein Haus auf der Schwedenbrücke gebaut. Oh, this is a great idea. Klaus dagegen. Wir haben ja den größten Fisch Russlands an der Angel. Kleines Hirn war voll mit Kaviar. Riecht nur das große Geld. Drei Millionen gibt es, damit du die richtigen Leute schmierst und alles ins Rollen bringst. Hier unterschreiben. Aber ich brauche da schon eine Kopie davon. Und schon bald werden wir sie alle urinieren. Was soll das heißen? Äh, ich meine ruinieren. Und wir kriegen die ganze Kohle. Du musst einfach schauen, dass du überall dabei bist. Du müsstest dich nicht ausziehen, das heißt. Ist schon gut, mir ist nicht warm. Was? Scheiße. Scheiße. Hallo, Hilfe! Reiß ihm die Eier aus. Was hat er da irgendwas überlegt? Alles durchgeplant. Was ist so heiß unter der Dusche? Nein, ich wollte nackert in eine fremde Wohnung einsteigen. Rücklinks, in ein Neckischee.